damit herzlich willkommen zurück zum neuen video von kings her und ich hoffe man hört nichts das ist sehr gut jetzt müsste man etwas hören tun wir hatten dieser stelle und zwar sind wir genau an dieser stelle stehengeblieben müssen ins grab hinein und die krone finden glaube ich was gewesen erstmal diese münz hier einsammeln ja wir brauchen auf jeden fall etwas licht und zwar haben wir hier was gewicht und fisch sperr oder fisch sperr sowie ich muss nicht ohne das fehlende stück hebel ok wir müssen erstmal suchen und das ist sehr gut und lichtquelle wir brauchen auf jeden fall licht also ohne hier geht gar nichts ok ok mit weg um die mit der hand zu erreichen das war eine münze können wir das gewicht nehmen und ich würde nicht sagen dass überspringen die sicherste option ist ok da ist mal die münze mitnehmen gesagt ist richtig und wichtig und wir haben hier etwas oder gar nichts so ja denkt ich hatte die statur ihrer armreife ok steine wir haben hier ein stein stein scheibe wo könnte die hin passen ahnung was müssen wir machen ich weiß aber nicht was wir müssen zurück ok kann sein dass die steinschabe hier rein muss ja sehr schön ok jetzt funktioniert das machen es muss ja klar warum denn auch nicht ok ja jetzt kommen wir nicht weiter doch hier ist ein breiter ok ah cool oh horreif ich nehme die leavers aber ich glaube das ist nichts die leavers auf meiner Seite sind die bewege ich nehme sie alle aufgrund des riddles ok Sehr schön. Gets. In vier Zimmern, glistening mit Jules, eine Krone erwartet die rechtlichen Regeln. Okay. Löse das Rätsel und ziehe dann die Hebel. In der richtigen Reihenfolge beachte die Symbole. Hinweise. Ähm. Krone. Blut. Tod. Krone. Zwei von grönlichem Blut wurden Herrschaft überlassen. Dann wurden Pläne geschmieden, um sie zu töten. Vier Kammern ist die Rätsel. Okay. Ich glaube die Krone als erstes. Blut. Dann. Ne. Okay, dann ist er. Krone, Blut, äh, Schädel und Tor. Ja. Sehr schön. Oh. Sehr schön. Aber wir haben hier noch etwas. Es scheint sich das, ach. Wie können wir das abnehmen? Guck mal hier, warte. Geht das? Pech geht auch nicht. Gut. Dann. Gehen wir erstmal hier hin. Ich bin dein Weg, den Abgrund zu überqueren. Und triff dich mit Wendel. So. Hier ist eine Münze. Sehr schön. Richtig und wichtig. Ja. Ist irgendetwas? Da kommen wir nicht dran. Ich muss schwierig sein. Vielleicht Gewicht. Warte. Da steht auch irgendwas. Guck mal hier. Zoom. Wir benötigen alle Dekorationen. Okay. Auf jeden Fall haben wir einen. Ah, guck mal. Ui. Oh. Stab. Ich geh nochmal zurück. Komm. Zu. Jawoll. Sehr schön. Nehmen wir an. Was befindet sich? Dort. Ich erinnere. Eine. Eine. Dekoration. Und. Oder ich sag. Ein Medaillon. Und ein drehbarer Griff. Medaillon. Könnte man hier. Oder auch nicht. Gut. Aber der drehbare Griff passt hier aber nicht hinein. Oder? Ich glaub nicht. Nein. Gut. Dann gehen wir erstmal weiter. Was da war hier? Das ist ein Lumen. Hier ist ein Neuer. Da kann man nichts mehr machen. Okay. Wir gehen erstmal weiter. Ich schätze jemand hat aufgegeben das Schwert hier rausziehen und stattdessen die Dekoration genommen. Oh man. Hm. 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 Okay. Ich weiß nicht was wir als nächstes machen. Guck mal hier was das. Nutzen. Kann wieder Gewicht. Nicht Medaillon. Pech auch nicht. Okay. Hier auf jeden Fall etwas gefunden und zwar greifen. wenn da ein Junge ist. Okay. Was auch immer. Ich hab Kai. Das ist ein Schimmer. Ähm. Wie hier? Musst nie irgendetwas machen. Ich weiß aber nicht was. Medaillon. Ah. Lul. Okay. 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 Jetzt haben wir erstmal rote Dekoration bekommen. Können wir die hier rein platzieren? Ich denke mal schon. Dann aber hier unten. Oder dorthin. Wie auch immer. Und ein Turmschild haben wir bekommen. Aber für was? Ich hab keine Ahnung. Was steht hier? Ich schätze die kurz. Turmschild. Es muss schwierig sein, in diesen Schuhen zu laufen, in denen eine Schnalle fehlt. Vielleicht. Hm. Okay. Ich geh nochmal zurück. Zurück. Ich weiß nicht. Die Vogelkralle. Klar. Scheint hier der Schlüssel zu sein. Aber. Fehlt irgendwie. Ja. Irgendwas muss noch. Es scheint als. Äh. Also es scheint, dass hier eine Steinplatte fehlt. Aber wir haben. Steinplatte. Ne. Ich hoffe, dass hier etwas. Flammbares. Und kein Wasser. Hm. Was sagt der Hinweis? Wir müssen mal zurück. Okay. Was? So. Okay. Ah. Da kommen die Federn hinein. Aber die sahen wir noch nicht. Da sind die Wünsche. Ich weiß nicht, ob ich es sollte. Ich bin sicher, ob ich es hätte. Ich bin sicher, ob ich es hätte. Ich bin sicher. Aber ich glaube, dass wir nicht mehr Zeit haben müssen. Ich weiß. Aber ich glaube, dass wir nicht mehr Zeit haben müssen. Du bist sicher? Ich bin natürlich nicht mehr. Aber ich glaube, dass wir nicht mehr Zeit haben müssen. Ich werde es sein. Und ich weiß nicht, Kada. Aber es war das Risiko. Es fühlt sich mal. Ich finde mich irgendwie magical. er hat seine beute weggeschlossen gewicht aber was für gewicht damit zu tun haben wir gehen erstmal ist es hier ach hier fehlt das gewicht sie sammeln flittig doch nicht ergreift das ist der hier glaube ich sehr schön wie fehlt etwas das ist das oder steht ja es sieht aus als hätte der greif ist sein junges verloren greifer junges das ist das hier wie da fehlt etwas wenn einige teile die finden wir auf jeden fall wo waren die federn gewesen die müssten hier rein ok das schneller was die schnelle für was hier ist die schnelle so haben wir hier stein flügel was ist der stein flügel ich glaube wir müssen zurück auf jeden fall die einsetzen was war die stein stein flügel alles meister mechanismus fehlt das fehlt noch ja ja aber ich verstehe nicht ich glaube nicht dass jetzt ein teil ist mal zurück hier zack krone wird eingesetzt er sagt hat die krone wird eingesetzt klar die krolle wird eingesetzt und wir mehrere sachen was wir erarbeiten können und zwar einmal die kralle ok und einmal stein dekoration und zwar haben wir nächste medaillon bekommen zack wir gehen hier lang hier lang und geben den greifer ist der junge wieder nächste faceplate oder nächste medaillon bekommen war falls ich getrocknen oder so und für was und dann haben wir noch ein hebel oder was haben wir dafür schwert dekoration schwert dekoration ich würde die hier und sind ok königet übrigens sarkophag wird durch ein tor geschützt ich denke wir müssen das in flammen ja aber wie pech krone wir haben noch geht etwas ich verstehe nicht was haben wir denn hier fehlt auch ein flügel guck mal hier kommt er doch hier an noch ein medaillon was ist ein medaillon könnte sein dass ich hier ok äh kleeblatt krone wie sehen die sachen hier überhaupt aus ich weiß nicht was was ist das ist das dann haben wir ein herz haben wir nicht haben wir ein frosch ja ein frosch schlüssel äh php 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 muss das ja dann fehlt irgendwie mannach schmetterlingen krone auf jeden fall eben ich weiß nicht dass es jetzt glaube nicht dass es jetzt ist es fehlt irgendwie noch da oben ist es der Stab, aber ich weiß nicht wo der Stab ist und dann fehlt noch ein Bedaillon könnte aber dieses Herz sein, aber das ist nicht diese Herzform, oder? Wie gesagt, dieser Stab fehlt, aber wo ist dieser Stab? Ist der hier? Das ist kein Stab mehr, nee Ey Okay Null Und wo ist das nächste hier? Hä? Warum übersehe ich das? Ich weiß nicht, was das letzte für eine Form ist Was ist das hier? Ah, das ist der Regen, come on Jetzt habe ich eine Fackel bekommen Ich habe eine Fackel bekommen, okay eine Fackel Ich glaube mal, jetzt könnten wir ja, jetzt Gucken Sie, das Pech Das Pech könnten wir Also die Fackel könnten wir anzünden Und die Fackel können wir hier entfachen Also, ja Aber dann, hier fehlt immer noch etwas Dekoration Wir sagen, wir müssen dort durch Aber es Hier fehlt noch irgendetwas Ein Teil des Mechanismus fehlt Aber wo ist denn das? Hier ist gar nichts mehr Wir gehen, warte, wir gehen gleich dort durch Können wir hier noch etwas machen? Nein Ich würde sagen Tja Wir gehen dorthin Ui Okay Medaillon Krug Medaillon Krug 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 Blaue Dekoration Ui Okay, das ist sehr viel Wir haben eine Schriftrolle Schriftrolle Ist nie hier Dann der Adler Ich sehe keinen Adler Feder Come Da ist eine Feder Wo ist die nächste Feder? Da ist eine Feder Dann fehlt ein Kamm Das ist nicht der Krug Ist es nicht der Krug? Okay Der Ball Wo ist der Ball? Ist das der Ball? Ja Dann als nächstes eine Rose Ist das die Rose? Natürlich nicht Das ist die Rose Tut mir leid Löffel Kerze und Adler Löffel, Kerze, Adler Löffel, Kerze und ein Das ist die Kerze Wo ist der Löffel? Dann haben wir Kamm Schere Kamm und Schere Kamm und Schere Ist das Das ist das Dann das Medaillon, oder? Kamm Klöffel Adler Kamm Blaue Dekoration Okay Wo ist aber Der Adler? Wo ist der Adler? Wo ist die Schere? Und wo ist das Ich Ich bin jetzt Ähm Wir haben eigentlich Zeit Ja? Wir haben Zeit Ähm Wo ist der Kamm Wo ist die Schere? Ist das die Schere? Das schaut aber nicht nach der Schere aus Ich glaube nicht, dass es ein Krug ist Krug ist ja Ja Könnte aber sein, dass es Ich kann Okay Ach das Er kam Oh mein Gott Ich weiß nicht Ich weiß nicht Wo ist der Löffel Wo ist der Adler? Was sehe ich denn? Ich muss ihn doch mal sehen, oder? So wie ein Löffel Ist das der Löffel? Das ist aber kein Löffel Wo ist der Löffel? Löffel, Krug, Schere und Adler Ist hier Keine Schere? Oder bin ich Ich glaube ich bin blind Ja Ist das der Adler? Das ist nicht der Adler Das ist kein Adler Aber ich sehe keinen anderen Adler Ich weiß nicht was Krug Ist doch eigentlich das hier, oder? Das ist das Ne Also ich sehe nur das als Krug Und das hier als Krug Ich sehe keinen anderen Krug Perfekt Wo ist der Ich dachte Ich hätte das jetzt Als Adler Das ist natürlich kein Adler Also das jetzt Krug Ist Come on Wo ist der Löffel? Das ist wirklich der Löffel gewesen Tatsache Adler und Schere Aber was ist der Adler Und was ist die Schere? Die Schere muss doch Also Meistens ist das kein Wo ist die Schere? Ach da oben Guck mal das Und das ist der Adler Sebastian Du musst dich auch mal Konzentrieren Ja Na ja Wir haben ein Archiv mitbekommen Und das bedeutet Alle Wimperten Bilder Oder Puzzles Ohne Hinweise Das ist sehr gut Darauf wollte ich hinaus Aber diesmal Gut Wir haben das nächste Archiv mitbekommen So Und dann haben wir auch Jetzt Diese blaue Dekoration Sehr schön Dieses Schild können wir jetzt hier ranhängen Und Das Ja Mechanismus Zack Kommt das hier ran Es hat sich geöffnet Jetzt können wir Nicht zu Duke William kommen Westtoreingang Ne noch nicht Noch nicht Noch nicht Noch nicht Ach doch Müssen wir Müssen wir Müssen wir Müssen wir Müssen zum Westtureingang Da ist der Herzog Wir müssen Diesen Wahnsinn Stoppen Okay Ich würde an dieser Stelle auch nochmal sagen Ich werde an dieser Stelle einen Cut machen Und Ich hoffe Wir sehen uns Wir hören uns dann beim nächsten Video wieder Ja Wie immer Lasst gerne eine Bewertung da Oder auch nicht Oder wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder Von einem Let's Play Video Oder was so Erscheint auf meinem Kanal Und Auf jeden Fall Bleib gesund Hab noch einen schönen Rest Morgenmittag Oder Abend Oder was auch immer Und ich hoffe Wie gesagt Wir sehen uns Wir hören uns dann im nächsten Video wieder Von Kings her Oder Von einem anderen Let's Play Video Oder was Auch so folgt Naja Ähm Ja Das war es erstmal Und Bis zur nächsten Folge Hier auf meinem Kanal Ciao Ciao